Heute kühlen alle Küchen aus, die Frauen bleiben nicht zu Haus zum Kochen und zum Schaffen. Sie ziehen zum Kommunehaus und fordern, gebt Gewehre aus, gebt uns Frauen Waffe. Wie ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau, die bis der schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die bis der schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die Frau gehöre und das sagt, das Kämpfen, das ist Männersacht, das war die alte Weisheit. Doch hält die Frau nicht länger still, sie hat erkannt, wer frei sein will, muss kämpfen für die Freiheit. Wie ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau, die bis der schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die bis der schönsten Frauen, die Frauen der Kommune.